Ja, ich richte hier jetzt unsere Bö2-Vorspeise an. Das ist eine Terrine von geräucherte Taube und Gänzeleber. Die haben wir eingebunden in ein Brotwein-Gelais und die kommt jetzt auf den Teller. Das heißt, bevor sie auf den Teller kommt, wird sie noch mit ein bisschen Gelais abgeglänzt. So, als Garnitur dazu gibt es Artischocken in drei verschiedenen Texturen. Da haben wir einmal ein Püree, dann haben wir einmal gegrillte und einmal rohe Artischocken, die wir jetzt als Garnitur da dran setzen. So, dann kommen die Noggete drauf. Dann kommen die gegrillte Artischocken. So, dazu gibt es etwas Feigenkonfit. Hier oben aufkommen, geröstete Knieinterne. So, das Ganze wird hier noch garniert mit den Blüten. Dann brauchen wir noch die Pinienkern-Winaigrette, bitte. So, und über den Salat kommen wir in die Winigrette mit den Geräusern pinieren gerne. So, und jetzt wünsche ich guten Appetit. So, jetzt wünsche ich euch noch ein paar Minuten. So, jetzt wünsche ich euch noch ein paar Minuten. Vielen Dank.